Markus, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Das hat meine Mutter den Herbst im Alterschein gefragt. Eine Frage, die man stundenlang darüber philosophieren könnte. Und wir sind zum Schluss gekommen, glücklich zu sein. Glücklich zu sein mit dem, was man hat und nicht immer. Nur mit dem nachher studieren, was man nicht hat. Gestern, das ist Geschichte, morgen Tag, das ist das Geheimnis. Und heute, das ist das Leben. In diesem Sinne wünschen wir euch für die Weihnachten und für 2022 viele glückliche Momente und ganz viel Gesundheit. Und jetzt geniessen wir das feine Grüezi. Villa Gaza, Euer vom Nachdenverwohnregentum. Mein Name ist Markus Gerber. Noch. Sie sehen uns immer auf etwasußischer Couldpat. byte xem семь.